Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Wunde Let's Play Minecraft. Hier sind wir immer noch bei der Monsterfalle. Äh, bei der Monsterfalle und... Genau, Wasser. Waren wir jetzt mal eine... Ein Eimer Wasser. Dann setz ich hier einfach mal hier rein. Und wie man sieht... Was ist denn los? Mit Kopfhörern hier. Jetzt ist das halt im Kotzen. Die Nerven sind... Wie man sieht, haben wir jetzt mal das Deck zurück drin. Für die 1 passend. Die 1 ziehen. So, das Fax Puree Craft. Und... Jetzt müssen wir wieder hier hochgehen. Und das Wasser gönnen. Ach, jetzt. Da können wir wieder runter gehen. Hier hin. Nein. Dann haben wir hier Wasser. Jetzt haben wir hier eine unendliche Wasserquelle. Hoffe ich mal, dass sowas richtig wird. Saison sonst machen. Aha. Das wurde wahrscheinlich auch gefixt. Also müssen wir wieder hochgehen. Und wieder... Mal... Wasser holen und klicken und gucken und klicken und gucken. Hallo. Für Wasser. Okay, dann ist das halt jetzt kaputt gemacht. Aber egal. Das sieht man ja nicht. So. Und so. Da ist eine Hexe. Eine Hexe. Stirb. Okay. Okay. Ich hab befreit. Das sind unendliche Wasser als nur die Hexe. Aber das hab ich dann besser so sein gelassen. Ja. So. So. Oh. Okay. Es wird... Okay. Es bleibt doch nochmal. Kann ja sein, dass wir das alles gefixt haben müssen. Kann ja sein bei denen. Die sind ja ein bisschen dumm manchmal. Also das Wasser fließt da so rein. Es fließt. Bis genau. Ich hier hin. Dann müssen die dann immer so angeschwemmt. Und ich steh dann hier hinter. Mal mal ein Halbslap zum Beispiel mal kurz. Ich steh dann da hinter. wieder. Und schlag die dann kaputt. Und. Ja. Das war's dann. Und. Jo. Gucken wir mal noch kurz. Dann gehen wir mal wieder hoch. Sammeln den einmal wieder. Auf. Und mach das jetzt. Hier irgendwie versuch ich. Ich geh mal. Dann komm ich wieder hoch. Und mach dann Leitern. Mach's dann mal kurz. So. Und dann geh ich die eh nochmal hoch. Das ist ein Holzpum. Weil. So. Sticks. Die Leitern. Die Leitern. So. Dann haben wir unsere Schleiter. Perfekt. Und dann. Okay. Hoch. Und dann. Ich mach das mal da. So hin. Weil er da umkosten ist. Da oben kommt das. Wasser hin. Und das ist dann halt besser. Ich mach's dann so machen. Ich mach's dann da. Ich mach's dann einfach mal noch so. So einfach mal. Somit man da immer runter gehen kann. So. Haben wir das jetzt so gemacht. Und jetzt setz ich. Hier einmal. Einmal Wasser hin. Und dann. Das wird jetzt ein bisschen. Nerviger. Weil wir noch hoch. Geben so runter. Nee. Was sagt. Weil wir noch mal. So. Äh. Komm her. So. Geben wieder hoch. Machen die Waber. Wieder eine Wasserfälle. Und. Zack. Zack. Das war's schon. Jetzt fließt. Das genau ist hier hin. Okay. Ich will wieder hoch gehen. Für die. Ich hab's jetzt die HF. HF. Laps. Vergessen. Die man natürlich auch noch nicht machen. Tja. Ein paar HF. Also sieben. Stück ab. Stück. Ist ja oben gekommen. So. 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 Und. Mal hier. HF. Slap hin. So. Und so. So. Ist nicht gepasst. Äh. Moment. Das hier mach ich mal weg. Das hier mach ich mal weg. Das hier mach ich mal weg. Das sind unnötig. Ähm. So. So. Ich probier's mal kurz aus. Da am Rand eine Treppe hoch. So. dann. 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 Geh ich mal gucken ob das läuft. So läuft. Mit. Den ganzen Zeugs. Geh ich durch die Faggelmarkschlangen. Guck mal ob das. das hier. Du geh mal runter. Dann. Ja. Ja. Dann. Geh mal wieder runter. Dann. Da. Mal gerade weg. Ich bin darauf gemacht. Ich weiß nämlich nicht genau, wann wir da sind. Deshalb grabe ich mich mal hier runter. Und zwar ist hier eins. So, da muss das hier sein. Grabe ich mich mal hier runter. Genau, hier war unser Gang gedöhnt. So, wir haben diese Leitung. Hier, zwei Leitungen. Hier hat es ein bisschen dumm gemacht. Das wird immer geändert. Dann haben wir hier die ganzen Fackeln weg. Gucken wir mal was machen. Okay. Nochmal. Da hat die Shift-Taste mal wieder nicht funktioniert. Da mit dem Leitertreppen alles hin machen. Das wegt ein bisschen auf. Okay, ist das ein Zombie gespawnt? Wieder? Ja, ist das ein Zombie. So. Da kenne ich nicht mehr. Das ist ein Mini-Tombie. Das ist ein Mini-Tombie. Das ist ein Mini-Tombie. Alter. Da. Da. So. So. Ähm. Am besten. Ich mach mal was. Am besten. Es soll am besten dann so weiterlaufen dann hier in so ne Kuh davon. also das ist nicht mehr so am besten da ist dann da ein bisschen runter oder? da muss doch auch ein jo, dann kann ich da wieder Wasser hin platzieren jetzt geht ich wieder da hin mach hier wieder da kann ich ja so machen platziere ich da Wasser ok, machen wir noch das Wasser hier rein warte alter, woher kommen sie? woher kommen sie? ja, egal ähm Moment, das muss ich mal so machen richtiges Biest ähm noch eins tiefer Alter, die gehen da drüber, die gehen da drüber, die gehen da drüber die gehen da drüber die gehen da drüber die gehen da drüber ah, die gehen da drüber egal, äh ich muss mir was essen, ich bin ich nicht tot so, jetzt noch hier so hier weg machen und dann mache ich hier Wasser hin und dann mache ich hier wieder Wasser weg und machen es hier hin dann da das ganze Zeug aufgeben kann und dann wie weit wird es noch fließen? egal, hier fließt es jetzt dann müsste man hier echt, ne? eine Fackel hin so und so, erlassen dann und dann kann ich die monstern so schlagen und jo dann fällt das entweder nicht jetzt direkt oder es fällt entweder ich mache das Wasser nicht naja, besser nicht ja, dann bedanke ich für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal haut rein Leute! dann